Ok Optimale Helden Stufe 15 Ich würd mal reingehen Hier hab ich jetzt was wichtiges verloren Hier hab ich Lana verloren Das ganze ist im zweiten Stock halt passiert Ok ich bin schon... Der Dieb! Na hallo! Das glaube ich nicht! Was machst du mir? Ja es wird Zeit dich aus dem Weg zu räumen Machst uns mehr Probleme als wir dachten Du Tonner Hat mich dann losgeschickt um dich fertig zu machen Was für eine sinnlose Geschichte ist und das Überrascht mich um die Truhe zu öffnen Und das ist doch das Ziel des Königs Stimmt schon, aber ich will dich ja nicht töten Will dich nur zum Krüppel machen Aber für deine Freunde haben wir keinerlei Verwendung Sie werden ins Gras beißen Das werden wir ja sehen Wir werden dich schon auseinander nehmen Endlich ein Opfer von meinem Zauber Komet Oh Ok Feuermagie hat dann hier keine Wirkung Eis wird sehr gut hier Und das Gift das haut auch ordentlich rein Und tot Kinderkacke 2.000 Erfahrung Blutroter Diamant Und ein Fall Level Up Ich werde nicht zulassen, dass du meinen Freunden etwas antust Verflucht Seidest du Wie hast du uns gefunden? Nach wie vor habe ich euch beschattet Ihr werdet Leila nie finden Sie sind Sie wird dem Tuck Tuck was? Rede! Tuckkult übergeben Werder wird sie Opfern Wo befindet sich der Tuckkult? Los sag schon! Aus mir bekommst du nichts mehr raus Rachen für Lana Lana Dein Tod ist gerecht worden Leila soll diesem Tuckkult geopfert werden Aber wir haben keine Ahnung Wo der sich auffällt Wir müssen Informationen sammeln Na gut Dann kanns ja losgehen Ok Widerfolisches Info sammeln Die große Leilwand Na gut Mit dem kann ich echt nichts anfangen Meldet euch wenn ihr einen Führer braucht Ok Ich kaufe mal ein paar Speichersteine Sonst löste ich nichts was ich noch gebrauchen könnte Außer vielleicht mal einen Inn besuchen Ah 200 Kronen Das ist mal endlich ein Hotel Weil das meinen Ansprüchen Genügt Ok Weiter gehts Das sind ja mal tolle Werte hier Ah eine ist auch gleich ein Level höher Ok Wie viele Diamanten habe ich? 7 Stück Ähm ja Und dann ist natürlich mal wieder die Große Preisfrage Wohin muss ich? Und was erwartet mich? Ich würde sagen das ist nicht der richtige Zeitpunkt Ich könnte natürlich mal wieder die Schlösser unter die Lupe nehmen Das ist eine Option Das ist eine Option Ah und da ist die Höhle Die unter suche ich auch noch Egal Egal ich brauche ich nur Level 10 Dann war schon Level 20 Hä? Wieso komm ich hier nicht weiter? vielleicht ist hier irgendwo ein Geheimgang also das kapier ich jetzt nicht ich kann sie jetzt natürlich wieder Magie benutzen, aber so eine Schlange und hellen Double Up aber das macht mich stutzig egal gibt Wichtigeres zu tun okay in diesem Schloss war ich schon ja da gehe ich nicht nochmal rein sind nur noch zwei Schlösser als potenzielle ja gut, das dritte, wenn ich das Original des Königs mit rechne vielleicht weiß dieser General des Königs irgendetwas kleiner Anhaltspunkt ist ja schon super ihr habt die Gegend hier noch einiges sicherer gemacht der hilft noch gerne okay, der weiß nix jetzt auch nix oh, ich kann nicht erst hier wieder herzukommen das Schloss kann nicht abhaken so, bleiben noch zwei Schlösser glaube ich übrig nein ach nö jetzt muss ich hier oben das ganze Zeug rumlatschen um zu meinem Zeppelin zu kommen so was ist das mit dem Schloss hier oben würde ich sagen, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt also gehen wir als nächstes hier hin nein also die Schlösser sind es schon mal nicht okay, dann mal gut überlegen wo konnte ich noch hin ich bin momentan völlig planlos was ist hier Level 50 äh weg hier habe ich nichts zu suchen was ist eigentlich mit dem einen Schloss da oben ich bin momentan völlig